Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ich bin Philipp von Farbuka und ich begrüße euch ganz herzlich heute hier zu unserem Farbuka Live-Workshop Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen mit dem MAHLE TechPro Digital ADAS. Wir sind hier in Donau-Eschingen im wunderschönen Baden-Württemberg bei MAHLE. Und MAHLE kennt ihr natürlich alle, nicht zuletzt natürlich von Motorenteilen, Kolben, Filter selbstverständlich, Kühlung, Klimatisierung, Startergeneratoren, Elektromobilität und nicht zuletzt auch durch ein breites Sortiment an Werkstattausrüstung. Und genau deswegen sind wir auch heute hier in Donau-Eschingen, denn das hier ist der Schwerpunkt der Kollegen hier von MAHLE. Und deswegen sind wir auch genau hier, denn die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen ist das, was wir heute vorhaben. Und dazu haben wir einiges aufgebaut, einiges vorbereitet. Könnt ihr euch richtig darauf freuen, ich habe vorhin schon ein bisschen was gesehen. Aber zunächst mal möchte ich natürlich unsere Gastgeber begrüßen. Und das sind Thomas und André von MAHLE. Grüßt euch. Hi, guten Abend. Guten Abend, wunderschön, guten Abend. Wie geht's euch? Gut. Habt ihr Lust? Ja, natürlich. Müsst ihr jetzt sagen, ne? Ja. Nein, klar. Ja, erzählt uns mal, was haben wir heute vor? Was steht auf dem Programm? Worauf können sich die Zuschauer freuen? Ja, wir wollen euch heute einfach mal zeigen, wie schnell und innovativ man ein Fahrerassistenzsystem kalibrieren kann. Ja, genau. So einfach ist es. Ja. Und ich sage mal, wir schauen uns die ganzen Details gleich noch an. Wie gesagt, das geht super schnell. Ihr habt da richtig was vorbereitet. Freuen wir uns drauf. Ihr selber könnt, und das wisst ihr, ihr könnt teilnehmen an diesem Live-Workshop. Ihr könnt euch beteiligen mit Fragen und wie das funktioniert, erklärt euch natürlich Julia. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich bin Julia. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch am kommenden Live-Workshop beteiligen und eure ganz persönlichen Fragen zum Thema in den Chat reinstellen. Dafür meldet ihr euch bitte bei YouTube mit eurem Google-Konto an. Ich werde alle Fragen hier sammeln und an entsprechender Stelle an André und Thomas weitergeben. Und ansonsten einfach entspannt zurücklehnen. Seid mit dabei und viel Spaß. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Und ihr wisst es selbst natürlich, wir machen das nicht nur zu dritt, sondern wir haben tatkräftige Werkstattunterstützung mit dabei. Nämlich die Autodoktoren. Holger Jürgen, kommt zu uns. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Hi. Guten Abend. Ja, na, seid ihr gut angekommen? Ja, das heißt aber nicht grüßt euch. Es heißt grüßt Göttle. Grüßt Göttle im Ländle. Ja, 500 Kilometer entfernt von Köln. Ich hoffe, das Heimweh wird nicht zu groß. Der Dom fehlt vor allem das Kölsch. Aber vielleicht kriegen wir es heute Abend noch hin. Ja, Stichwort Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen. Ich sage, ihr seid täglich in der Werkstatt unterwegs, ihr kennt euch aus. Ist ein großes Thema, oder? Klar. Wir selbst haben Scheibenservice. Der Hans-Jürgen und ich auch in der Werkstatt. Und Scheibenservice muss immer, wenn eine Kamera drin ist, kalibriert werden. Wenn so eine Scheibe einen Millimeter mehr nach rechts, nach links eingebaut wird, was üblich ist, oder ein bisschen weiter nach oben, nach unten, weiß die Kamera nicht mehr, wo ist das Ende, wo ist das Anfang. Und auf ein paar hundert Meter zieht das Auto eben dann in irgendeine Ecke. Und das könnte ich bei Schiefgehen oder bei Radarsystemen, wenn der Radar nicht richtig kalibriert ist. Ich spreche mal einer vor das Auto, das Radar weiß gar nicht, wo der ist, weil der daneben steht. Und da habe ich einen unter dem Auto liegen. Und ich denke mir natürlich, das wird für euch auch als Werkstätten natürlich immer auch ein wichtigeres Thema, das halt auch kalibrieren zu können nach verschiedensten Arbeiten. Man muss das mal sehen, so in diesem Zeitalter, wo wir gerade sind, wir verabschieden uns langsam von dieser Verbrennertechnik. Wir kommen immer mehr in den Bereich E-Mobilität. Da werden uns auch gewisse Teile wegbrechen. Also das Ölwechsel, das wird alles was weniger werden. Und wir müssen ja auch neue Felder aufmachen. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Feld. Jede Karosseriewerkstatt brauchst du ungerät. Ich meine einmal ein Bums vorne auf die Stoßstange und der Radarsensor muss eingestellt werden. Und bei allen Scheiben, die wir machen, wir müssen das kalibrieren, weil ich muss zum Schluss so einen Beleg abgeben, ein Protokoll, dass ich es gemacht habe. Und ohne das ist das nicht mehr versicherungstechnisch machbar. Genau, die Versicherungen erkennen das nicht an. Deswegen müssen wir so Systeme haben. Wir haben ein System, wo wir Tafeln haben. Wir haben für jedes einzelne Fahrzeug mit verschiedenen Optiken, haben wir Tafeln, wir haben so einen Packen Tafeln. Ja, das geht, funktioniert, es ist aufwendig, natürlich, aber es funktioniert wunderbar. Bloß hier haben wir natürlich schon gesehen, das ist digital. Da braucht man nichts mit Tafeln rummachen. Ich bin sehr gespannt, wir haben schon mal vorhin ein bisschen gelookt, aber wir wissen noch nicht viel. Wir sind im Prinzip jetzt hier eure Lehrlinge. Wir schauen uns das an, wir fragen viel nach. Und ich freue mich total drauf, was er hier zu bieten kann. Super, aber wir müssen jetzt langsam anfangen, weil die Zeit läuft. Ja, die Zeit läuft und ich denke mal, das ist vor allem halt auch ein guter Startpunkt. Ich sage mal, Stichwort halt auch Tafeln in der Werkstatt etc. Kurz kleiner Hinweis noch, alle hier am Set, sowohl vor und hinter der Kamera sind geimpft und oder getestet. Noch ein kleiner wichtiger Hinweis, also alles gut. Und in dem Sinne, schnappt euch die beiden oder ihr euch die und zeigt mal, was das TechPro Digital ADAS so kann. Bis gleich. Gut, dann haut mal rein. Ja, fangen wir vielleicht mal an. Thomas, übernehmen. Das Herzstück von unserem System ist der 65-Zoll-Monitor. Links und rechts haben wir auf einem Messbalken einen Laser und das Herzstück ist unser Diagnosetester. Also das Gerät, was wir jetzt hier sehen, das alles mit dem ist eine Einheit. Dann kommen dazu jetzt noch diese... Die Radaufnehmer für die Vorderachse bzw. Hinterachse. Das sind aber nur zwei für vorne, da hinten brauchen wir keine. Wir können optional über die Vorder- oder über die Hinterachse messen. Aber du brauchst nur zwei... Wie der Bediener das haben möchte, kann er das in der Software eingeben. Wichtig ist zu wissen vielleicht, wir spannen jetzt hier im Moment über das Rad. Wir haben auch Aufnehmer, die über die Felge spannen. Es gibt Fahrzeuge, die extrem tiefer gelegt sind, da haben wir ein Problem, die über das Rad zu spannen. Dann klemmst du das in das Felgenhorn ein. Ja, ganz klar. Das ist jetzt ein vollwertiger Tester oder ist der nur für die Kalibrierung mit diesem Das ist ein vollwertiger Diagnosetester, den wir natürlich brauchen für die Kalibrierung, weil wir einen Eingriff im Steuergerät vornehmen, sowie Fehlerspeicher, Service-Rückstellungen, Parameter, Stellgliedtest, das ist ein vollwertiger Tester. Also ich könnte jetzt auch einen Lenkwickelsensor anpassen. Injektoren kodieren, Service-Rückstellungen, Anhängerkupplungen, alles das, was jeder andere hat. Du kannst alles machen, wo du ins Fahrzeug mit eingreifen kannst, ohne dass du irgendein ein Kabel anschließen musst und irgendwo einstecken musst. Genau, alles über Bluetooth. Wir haben einen VCI, also einen OBD-Dongle im Fahrzeug, der steckt schon drin. Ist schon drin? Der ist schon drin. Ja gut, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an mit einer Kamerakalibrierung und schauen uns das mal an, wie das abläuft. Sehr gerne. Okay, also wir machen jetzt erstmal eine Kamerakalibrierung und die Kamerakalibrierung heißt, die sitzt hier oben in der Frontscheibe dran und dann wollt ihr uns gleich noch mal zeigen, wie die Kalibrierung von dem Radarsensor geht, der sitzt hier vorne bei VW direkt hier unter dem VW-Zeichnur. Gut, dann fangen wir an. Wunderbar. Schritt 1, wir positionieren das Fahrzeug in der Werkstatt, bringen die Radaufnehmer an und schieben unsere Einstellwand grob, mittig vor das Fahrzeug. Ich unterbreche dich gerade, wir haben ja die Spiegel jetzt schon drauf gemacht. Genau. Und jetzt könnte einer fragen, was ist denn, wenn das Rad ein bisschen schief steht? Aber wir müssen ja vorne das Lenkrad einmal gerade stellen und über die Lenkwinkelposition gucken, dass er genau mittig steht. Ganz genau. Also wir müssen zwei Grundvoraussetzungen beachten. A, müssen wir schauen, dass das Lenkrad gerade steht und wir setzen eine Achsvermessung voraus. Das setzt heute jeder Hersteller oder beziehungsweise Hersteller so ein System voraus. Ja. Und was ist, wenn ich von der Hinterachse messe, brauche ich keine Achsvermessung zu machen? Nein. Ja doch, auch eine Achsvermessung setzen wir ja trotzdem voraus. Die erste Achse ist ja unsere spurgebende Achse. Das heißt, die Fahrzeug-Geonologie ist immer Grundvoraussetzung, damit wir so einen Kalibrierprozess starten. Vielleicht mal am Rande so, wir haben diverse Tests gemacht, in denen wir die Aufnehmer an die Hinterachse gesteckt haben, dann müssen wir auch bis zu zwölf Kalibrierwerte eingeben. Wir messen praktisch einmal an dem A2, A1, von der Seite hier siehst du das. Genau. Und auf der anderen Seite B1, B2 und nehmen uns dann zwölf Werte und dann werfen wir irgendwann das Bild ja auch an die Wand hier. Das sehen wir gleich. Aber gut, unser Ding ist ja, wir machen es von vorne. Ganz genau. Wir wollen sehen, wie schnell es geht. Und das ist ja der Punkt, jetzt hatten wir, die Spur muss eingestellt werden, das Lenkrad muss gerade stehen. So, jetzt habe ich meinen kalibrierten Platz, wo ich draufsetzen muss. Eine ebene Fläche. Ebener Untergrund, keine nivellierte Fläche. Kein Lichteinstellplatz. Nein. Das heißt also, wenn mein Hallenboden vermeintlich gerade ist, so wie eurer jetzt hier? Wenn ich nicht mittendrin einen Abfluss, einen Gulli habe, wo mein Werkstatt oben runtergeht, ist das kein Problem. Also ich kann das System irgendwo in der Werkstatt einsetzen? Genau. Also das hier ist jetzt ein ehemaliges Autohaus, das war der Showroom, ist gar kein Problem hier. Okay. Also vom Platzaufwand her nochmal, damit ich das verstehe, wir haben das Auto und dann haben wir diesen Raum hier. Bis zu 1,70 Meter sagen wir mal, das Auto plus 1,70 Meter für den Abstand zwischen Ende Auto und Anfang Gerät, plus das Gerät selbst, also sagen wir, 8 Meter. Gut, okay, verstanden. Legen wir los. Wunderbar. So, Fahrzeug ist positioniert, Radaufnehmer an die Vorderachse angebracht, da haben wir hier oben eine Wasserwaage drin auf beiden Seiten, das heißt, wie wir den Radaufnehmer anbringen, ist völlig egal, wir müssen nachher nur den in die Waage bringen. Okay. Das ist ein Schnellspanner, den können wir nicht überdrehen, geht bis 24 Zoll im Moment. Okay. Genau. Wand, wie gesagt, grob vor das Fahrzeug stellen, OBD-Tool, VCI einstecken, Zündung anmachen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Fahrzeug überhaupt auswählen. Ganz klassisch über ein Fahrzeugschein bei uns in Deutschland, wir gehen hier rein, geben die Schlüsselnummern ein, können von unserem Auftrag die Fahrgestellnummer eingeben, wir können sagen, wir machen eine manuelle Auswahl, das heißt, ich wähle, wenn jetzt keine Daten zur Hand sind, mein Fahrzeughersteller aus, mein Modell und selektiere dann über Motor. Okay, das kann er. Genau. Okay, gut. Aber der normale Gang ist ja über die KBA oder über die Vorderachrichtung. KBA oder die automatische Erkennung, das heißt, ich sage hier, Fahrzeug suchen, dann bringt er mir eine Meldung, dass der Stecker eingesteckt sein muss, Zündung muss an sein, das macht er jetzt gerade einmal. Und das geht dann ab Euro 5 oder was? Ab Euro 5, das ist ja vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass die Fahrzeuge das können müssen. Dann gehen wir auf Start. Jetzt sucht er über die FIN, selektiert er das Fahrzeug. Was wir danach machen müssen, ist einfach nur noch ein Motor-Code. Genau. Das ist jetzt der DFHA. Den wählen wir aus. Jetzt ist das Fahrzeug selektiert. Von hier aus können wir jetzt starten mit einer Diagnose. Das heißt, dass man vorher einmal den gesamten Fehlerspeicher abliest. Die Diagnose, Servicefunktionen haben wir dann da. Das sind die Reparaturenleitungen, geführte Fehlersuche. Okay. Und die Diagnose ist doch, um erstmal zu gucken, ob kein Fehler überhaupt eine Fehlerspeicher abgelegt wird. Bevor ich anfange mit meiner Arbeit, noch bevor ich die Scheibe wechsle, die Stoßstange tausche, sollte ich dieses Thema einmal abfragen. Sehr zu empfehlen für alle Werkstätten. Also die Frontscheibe tauschen, vorher abfragen, gucken, gibt es ein Problem mit der Kamera oder nicht. Ist ja schon mal vorgekommen, dass vielleicht so eine Kamera nicht funktioniert. Dann kommt eine neue Scheibe rein und danach sagt der Kunde, jetzt funktioniert meine Kamera nicht. Das hat vorher funktioniert. Ich will keinem Kunden was nachsagen, aber sowas gibt es nun mal eben. Oder der Kunde hat gedacht, es würde funktionieren und dann plötzlich ist es dann nicht. Und ich bin stundenlang dran und versuche das zu kalibrieren. Da geht es ja auch um deinen rege Lichtsensor, wenn du an der Scheibe was gemacht hast. Du kannst vorher abfragen, funktionieren dieses Thema. Du bezahlst dann die neue Kamera, weil der Kunde sagt, ganz klar das Ding, also das eben vorher. Genau. Wenn der Kunde noch dabei ist, kurz bei der Annahme, das machen wir. Genau. Um sicher zu sein. Okay. Das haben wir jetzt zum Zeigen schon vorbereitet. Okay. Jetzt starten wir direkt. Der hat jetzt gepiepst. Genau. Der OBD-Stecker ist drin. Und wir haben lange nichts gemacht. Einfach, dass man den nicht vergisst, der Kunde nicht wegfährt. Der OBD-Stecker hat gepiepst. Genau. Das Gerät gepiepst. Das Gerät gepiepst. Ach, ich muss weitermachen. Das ist aber nicht schlecht. Weil wenn der weg ist, dann stehen wir da. Ja, ich habe das letzte Mal neu gekauft. Es ist auch wichtig zu wissen. Wir sind schon mal unterwegs. Kennen wir alle. Wenn wir zu lange am Steuergerät sind und auf einmal klingelt das zur Pause, wir gehen zum Frühstück und kommen wieder und auf einmal haben wir das ABS-Steuergerät durchgeschossen, weil wir ja permanente Spannung drauflegen. Das ist einfach ein Schutz. Das ist super. Einfach ein gutes Gimmick. Ich meine, so ein OBD-Dinge bleibt doch mal stecken. So, Mann, der Kunde sammelt sowas vielleicht auch. Kann passieren. Also wie gesagt, ich habe schon eins gekauft und keiner in der Werkstatt war es, gerade vor kurzer Zeit. Das ist nochmal. Ja, gut. Also, wir wählen unsere Adars-Funktion aus. Von hier kommen jetzt alle möglichen Funktionen für dieses Fahrzeug. Das heißt, Frontkamera, Frontradar, Rückfahrkamera, 360 Grad, je nachdem, was in dem Fahrzeug verbaut ist. Karl Obrien, Statische Frontkamera. Stationär mit hier. Das ist jetzt der Arbeitsschritt, den wir durchführen möchten. Okay, gut. Wählen wir aus. Dann müssen wir noch selektieren, von Baujahr bis Baujahr, beziehungsweise welches Kameramodul ist verbaut. Okay. Wenn ich die Scheibe tausche, kann ich drauf schauen, weiß ich, es ist ein Bosch oder ist ein Leo drin oder sowas. Genau. Was ist drin? Dann über Leo. Gut. Dann gehen wir auf Leo. Jawohl. Jetzt haben wir keine anderen Optionen. Er führt uns durch, was wir machen müssen. Okay. Und wenn ich das jetzt nicht mache und ein Kunde kommt an und sagt, pass auf, ich kalibriere mir das Ding. Bevor ich jetzt die ganze Verkleidung ausbaue, kann ich ja gucken, in welches System komme ich rein. Ich mache eine Diagnose, was wir gesagt haben, was wir sowieso empfehlen. Genau. Und dann sehe ich ja automatisch, in welchem Steuergerät bin ich drin. Super. Das ist ja sowieso mein Schritt eins. Ja. Dann weiß ich auch, welche Kamera drin ist. Genau. Wir bestätigen das Ganze mit weiter. Jetzt sagt unser Tester uns die Grundbedingungen. Luftdruck angepasst, Ebene, Untergrund, Arbeiten am Fahrwerk abgeschlossen. Genau. Und so weiter. Einfach damit die Grundbedingungen erfüllt sind für eine normale Kalibrierung. Können wir alles, ne? Genau. Das ist die Grundvoraussetzung. Alter. So, jetzt fängt es an. Okay. Jetzt ist unser Tester so aufgebaut, wir haben immer ein Bild und eine Textbeschreibung dabei. Das heißt, er sagt jetzt von unserer Struktur, unserem Rahmen bis zu unserem Fahrzeug dürfen maximal 1500 Millimeter Distanz sein. Zeigen wir euch. Ich nehme es. Jawohl. Ich muss das nicht lange dauern, bis du das in der Hand hast. Also, die Radaufnehmer sind dran. Wir haben links und rechts unsere Laser. Die schalten wir ein. Jetzt sehen wir hier unseren Laserpunkt. Warte mal ein Stück rüber, dass der Patrick das sieht. Also 1500. Genau. Von unserer Wand, von unserer Einstellwand bis zur Radmitte. Okay. Maximal. Maximal. Okay. So, Laser ist an. Ich positioniere den auf meine weiße Linie. Ja. Wo der auf der weißen Linie ist, ist egal, weil da hinten die Radaufnahme ist ja in Waage gestellt. Ja. Ich gehe einmal auf Messen. Habe jetzt hier 1308. Das heißt, ich bin in meinem Maximalrahmen drin. Okay. Das gleiche prüfe ich jetzt einmal für die andere Seite. Wichtig ist hier vielleicht zu wissen, der Hersteller, die VW-Gruppe gibt vor 1500, einen Abstand von 1500 Max. Und den müssen wir bei analogen Geräten auch einhalten. Hier ist es so, wir sind absolut variabel. Der Tester sagt uns lediglich, wir dürfen Max 1500. Ob wir jetzt hergehen und hier sagen, wir haben hier 1150 auf der rechten und 1490, was jetzt eine extreme Schrägstellung bedeuten würde, das wäre aber machbar. Das wäre egal. Also das Ding kann auch ein bisschen schräger sein. Ganz genau. Das zeigen wir euch jetzt, weil genau das haben wir. Das haben wir, okay. Ich drücke mal weiter. Genau. Den Schritt, der ist erfüllt. Er zeigt uns jetzt nochmal ein Bild, wie aufgebaut sein muss. Okay. So, das hier ist das Fahrzeug. Genau das sind die... Unsere Laser. Okay. Dann drücken wir auf Weiter. So. Jetzt braucht das System vier Werte. Er muss ja jetzt wissen, wie steht unsere Wand und in welchem Winkel steht das Fahrzeug dazu. Okay, das haben wir ja hier schon die Werte. Dann machen wir doch erstmal hier vorne links. Was ist die Seite hier? Wer da? Ah ja, okay. Wir gehen in die Fahrtrichtung. Ah ja, okay. Gut. Wir stehen ja jetzt hinter dem Gerät. Wir gehen immer von der Fahrtrichtung raus. So. Das heißt, jetzt müssen wir einmal sagen, welchen Abstand haben wir tatsächlich. Und wir haben 1308. 1308. Das heißt, ich sage jetzt hier... Warte mal, der Patrick, guck mal gerade drauf. Guck mal da unten auf dem Laser. Dann müssen wir sich das mal trackieren. Den Wert geben wir ein. Okay. Dann muss er ja noch wissen, auf unseren Messbalken, wo befindet sich der Laser. Okay. Dann kann man hier abnehmen. Dann haben wir hier eine Skala mit 0. 150, 200, 212. Ja. Jawohl. Und das gleiche machen wir wieder für die andere Seite. Okay. Komm, dann lass... Schauen wir mal. Pass auf. Also haben wir jetzt 1292. Genau. 1292. Und gemessen von hier bis darüber 100... Ne, ist auf die andere Seite. Ne, ist richtig. Ja, ist richtig. Das ist schon korrekt. Ich muss von hier messen. Ja, genau. Du musst dann gucken, dass du durch die Laser durchmest. Aber auf der anderen Seite ist der Messer. 100. Genau. 200. Was ist denn da? So 195. Genau. Perfekt, genau. 1292. Ja. Okay, also wir haben jetzt nochmal 1292. Und hier ist... Okay, das Ding steht eben schräg. Genau. Also wir sehen jetzt hier gerade nochmal, hier haben wir die Werte ja jetzt alle eingegeben. Wir haben auf der Seite 1292 und hier 1308. Mit jedem anderen Hersteller, der momentan auf dem Markt ist, ist es so, ich würde jetzt hier anfangen, ein Stück rüber. Wir kennen das. Dann passt natürlich mein Wert auf der anderen Seite nicht. Das heißt, für den Arbeitsschritt muss ich zu zweit sein. Ja. Einer hält hier fest, der andere schiebt die andere Seite. Genau. Bei uns ist es so, weil wir den Toleranzrahmen von diesen maximal 1500 haben, mache ich das alleine, so wie ich es gerade gemacht habe. Ich schiebe es hin, gebe meine Werte ein und macht ihn direkt weiter. Also wir haben jetzt die Werte hier drin, wie das Gerät steht. Dann müssen wir doch jetzt in dem Moment, so machen wir es bei uns in der Werkstatt auch, das Ding festsetzen, oder? Kann man optional. Wir haben hier auch die Bremsen dran links und rechts, die man drücken kann. Okay. Je nachdem, wie viele Leute in der Werkstatt rumlaufen. Für die Kamerakalibrierung reicht es in der Regel, wenn wir das einfach hinstellen und die Bremse anziehen. Wenn wir tatsächlich eine Radarkalibrierung machen, dann sollte man das durch diese viele Ruddeln feststellen. Ja. Dann können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Können wir noch eine Radarkalibrierung machen? Natürlich. So, jetzt gehen wir gerade einmal bitte auf die andere Seite. Einmal hier rum zu uns, oder wir gehen rüber. Ach so. Ja. Jawohl. So. Jetzt haben wir die Werte eingegeben. Ja. Einmal auf Weiter drücken, bitte. Weiter. Jetzt holt er sich aus der Datenbank zu dem Fahrzeug die passende Tafel. Aha. Und siehe da. Ach so. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Er positioniert sie auf dem Monitor. Hast du gesehen? Die jetzt umgesprungen ist. Kannst du nochmal zurück machen? Mach. Der geht nicht weg. Wir müssen das Programm einmal beenden. Das kann er jetzt einmal machen. Jetzt ist er raus. Ja, die Werte sind aber jetzt gespeichert. Ach so, die sind drin. Genau. Kann man jetzt wiederholen. Genau. Er lässt, bis wir den Taster ausschalten, die Werte drin. Also das ist jetzt, dass du das sehen kannst, weil das finde ich ja mega. Das ist jetzt im Prinzip, ich gehe jetzt in meinen Schrank, hole die Tafel raus und tue die drauf oder ich drücke hier drauf. Genau. Und ich drücke hier drauf. Dann geht es einfach. Zack. Fertig. Ja, die kenne ich die Tafel. Und wir können jetzt ein Stück nach hinten sehen. Wir können jetzt genau sehen, der Rand hier auf der Seite ist größer als der Rand auf der anderen Seite. Das heißt, die Tafel steht ja auch nicht mittig davor. Die steht sogar ein Stückchen direkt versetzt. Wir können das ja hier sehr schön sehen. Wenn wir jetzt hier gucken, den Abstand, da brauchen wir nur einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Das ist der Abstand nur so kurz. Das heißt, das Ganze ist nach links verschoben. Genau. Und das Bild ist auch eingedreht. Also hier sehen Sie hier unten, wenn man ein Stück weiter weg steht, der Abstand hier ist anders als auf der linken Seite. Das Bild ist dreidimensional eingedreht. Ach, das ist das gar nicht auf jeden Fall. Und zwar passen wir nicht unsere Tafel oder unsere physische Tafel an den Winkel vom Fahrzeug an, sondern wir passen nur das Bild richtig zur Kamera an. Also es ist nicht nur so, dass es rüber geschoben ist, es ist auch verdreht. Genau. Optisch für uns wirkt das optisch so, als wenn der Abstand hier kleiner wäre als da. Wenn wir jetzt mal genau gucken. Ja. Das liegt einfach daran, dass das Bild eingedreht wird. Und das ist der Clou dann ganz normal. Ja, das ist ein Patent. Genau. Mhm. Ist ja cool. Ja. Fällig lassen. Mega. Machen wir weiter. Jetzt gibt er uns eine Höhe vor von 1207. Das heißt, unser Bild muss ja jetzt auch mittig zu unserer Kamera sein, dass die das richtig erfassen kann. Okay. Gehen wir einmal auf die Rückseite. Ja. Das haben wir bei uns auch da. Dann haben wir so ein Start-Testemmer rein und dann drücken wir das dick und hoch und schrauben das dann fest. Genau. Jetzt haben wir hier einen Taster. Gerade einmal, der ist intuitiv. Hoch und runter drücken. Mit einer Digitalanzeige. Guck an. Und wir fahren das jetzt auf den Wert, den unser Taster uns vorgibt. Was hast du für einen Wert? 1207. 1207. 12, 3, 4, 5, 6, 7. Fertig. Genau. Mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu tun. Okay. Weiter. Jetzt ist die Grundkonfiguration abgeschlossen. Das heißt, Fahrzeug ist positioniert. Alle Werte sind eingegeben. Okay. Passiert das davon? Nein, passiert gar nichts. Das Bild bleibt jetzt. Okay. Dann sind wir jetzt im Prinzip so vorbereitet, dass wir jetzt die Kalibrierung starten. Jetzt gehen wir in den Kalibrierprozess überhaupt erst rein. Okay, Start. Jetzt wählt er sich ins Steuergerät ein. Wird uns symbolisiert hier oben durch die grüne LED. Mhm. Ja. Okay. Sehen Sie, auch sehr schnell. Er zeigt uns jetzt an, ECU, Steuergerät hat keinen Fehler. Das heißt, wir können überhaupt erst kalibrieren. Wir könnten aber vorher noch die Fehler löschen. Also das heißt, selbst wenn jetzt ein Fehler im Steuergerät wäre. Jetzt habe ich die Scheibe gewechselt und habe vergessen, die Kamera einzustecken. Ja. Der bringt mir jetzt hier natürlich keine Kommunikation. Das geht uns doch nicht so weit. Ich stecke die Kamera ein, lösche aus dem Menü den Fehler und muss gar nicht erst hier abbrechen in die Diagnose. Mach ich aus diesem Arbeitsschritt raus. Schlau. So. Und dann geht es jetzt hier auf Anpassen? Ganz genau. Weil jetzt nehmen wir eine Anpassung im Steuergerät vor. Und das ist immer der oberste Punkt im Steuergerät. Jetzt kommen hier alle Anpassungen, die wir in dem Steuergerät überhaupt vornehmen können. Wir wollen uns ja jetzt aber auf die Kamerakalibrierung konzentrieren. Die ist immer der oberste Punkt. Ja. Dann gehen wir einfach wieder hoch. Und ich bin jetzt hier im Start. Jetzt bin ich aber ganz falsch. Geht das auch? Das geht jetzt auch. Dann machen wir aber diesen Arbeitsschritt. Aber wir wollen ja jetzt die Kamera. Ich kann aber wieder zurückgehen jetzt einfach. Genau. Abbrechen. Unterbrochen. Ja. Bestätigen. Ist okay. Wir haben den Arbeitsschritt nicht. Okay. Du drückst mal eben drauf und bist ganz woanders rum und kannst immer wieder zurück zu den Schrauben. Das ist wichtig. Aber da passiert dir doch nichts. Nein. Ich bin ja immer total sortiert und ruhig. Ja, ja. Absolut. So. Dann gehen wir auf Start. Jetzt Start. Also haben wir jetzt die Eingänge auf Start. Jetzt ist ein wichtiger Arbeitsschritt. Und zwar vor und ganz am Anfang haben wir die Grundbedingungen. Luftdruck, Ebene, Untergrund, Arbeiten abgeschlossen. Jetzt kommt eine Bedingung, die die Fahrzeughersteller vorschreiben. Der eine sagt, mein Fahrzeug muss im Leerlauf sein. Der andere sagt Zündung an. Habe ich ein Luftfahrwerk, habe ich einen speziellen Fahrwerksmodus, damit meine Höhe passt. Okay. Die Bedingungen sind wichtig. Vielleicht da auch noch ein Hinweis, da kann genauso gut auftauchen, Motorhaube öffnen. Ganz wichtig. Wird immer mehr Audi A4, neue Skoda und so weiter, da muss die Motorhaube tatsächlich geöffnet werden. Entriegelt sein. Entriegelt. Ja, weil öffnen dann siehst du ja nichts. Wäre schlecht. Okay, gut. Gehen wir mal weiter, was willst du? Ah ja, okay. Jetzt schreibt die VAG-Gruppe vor, dass man vor einer Kalibrierung die Rathauskanten oberen messen muss. Deswegen hast du die Maschine schon gemacht. Ich habe mir jetzt mal einen Laser geholt von der linken Seite. Ja. Und damit gehen wir jetzt praktisch einmal rund ums Fahrzeug. Radkasten hier links vorne bitte. Ich stelle den Laser auf Endungsmessung. Vielleicht als Hinweis, wir können natürlich auch einen Zollstock nehmen. Das wäre jetzt ja kein Thema. Gliedersmessstapel Zöllische Einheit heißt das. Ganz genau. So. Ich halte ihn hier einmal unter. Und er wirft mir jetzt 691 raus. 691? Ganz genau. 691. Wenn du jetzt noch weiter gehst. Warte, ich habe 691 Kuh eingegeben. Ein dicker Finger. So, Radkasten hier vorne rechts. Genau. Ah ja. Das wiederholen wir jetzt an allen vier Seiten. Ja. Aber gut, wofür soll ich mir einen Zollstock holen, wenn ich jetzt schöne Messgeräte habe? So, wir haben jetzt hier 6. 6, 9, 5. 6, 9, 4. 6, 9, 4. Ganz genau. 6, 9, 4. Weiter bitte der Herr. Okay. Hinten rechts. 6, 9, 7. 6, 9, 7. Jo. Und? 6, 9, 8. 6, 9, 8. Okay. Aber jetzt zeig das nochmal alles an. Und weiter? Hier, Chef. Das Menü ist immer ganz interessant. Er zeigt jetzt alle vier Werte nochmal an. Habe ich jetzt mein Fahrwerk vorher nicht ordentlich überprüft? Ich habe einen Federnbruch oder ich habe meinen Laser schräg gehalten und ich sehe, ein Wert weicht extrem ab. Kann ich das Ganze nochmal überprüfen? Könnt ihr jetzt hier die Werte korrigieren? Und das ist so? Genau. Die liegen einigermaßen beieinander. Das ist in Ordnung. Normalerweise haben wir immer ein bisschen Abweichung. Und dann sagen wir hier Routine starten. Und jetzt? Wer möchte starten? Ich. Wenn wir jetzt einmal zuhören. Das war der erste. Unser Kombi-Instrument. Das heißt, er hat jetzt die Verbindung zur Elektronik im Fahrzeug. Das ist das dritte. Und jetzt sehen wir hier schon, hier steht jetzt Regulierung von Recht beendet. Das ist ja schon eine Verkaufsansage. Das war jetzt die ganze Kalibrierung. Wir sind durch. Fertig. Wir sehen jetzt hier die Gierwinkel und so weiter. Längswinkel-Einstellung. Okay. Jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Wir haben jetzt 19.25 Uhr. Wir haben jetzt viel gelabert. Gehen wir mal davon aus, du hast Routine da drin. Das Gerät steht in der Ecke in der Werkstatt. Du hast einen Platz. Du hast eine Hülle vielleicht drauf, die du abziehst. Du stellst das Ding davor. Du hast eine halbe Stunde, Holger. Max. Nein. 15 Minuten. Was macht ihr die restlichen Zeit? Kaffee trinken. Du bist aber kein Mitarbeiter, du bist der Chef. Also du gibst Gas, bist du in 10 Minuten dort. Wir sagen für Ungeübte 10 bis 15 Minuten. Gerade in der Anfangszeit. Jürgen, halbe Stunde. Die Prozedur ist für alle Hersteller die gleiche von der Menüführung. Können wir uns, wenn Zeit ist, gerne nochmal angucken. Jeder Ablauf ist gleich. Wenn ich das einmal verstanden habe, also wir machen so eine Kalibrierung in unter 5 Minuten. Mit Wand hinschieben, da dauert das Computerhochfahren an sich länger als das eigentliche Kalibrieren. Das ist schon Hammer. Alles cool. Ganz kurz hier noch zum Ergebnis. Wir haben die Möglichkeit, das ganze auf dem Gerät zu speichern, per E-Mail zu senden oder direkt über das Netzwerk auszudrücken, dass es in meinem Büro gleich rauskommt. Das ist ja das Wichtigste an dem Ganzen. Der Nachweis, was wir gemacht haben. Wir haben hier einen integrierten E-Mail-Server drin. Das heißt, wir können uns das ganze Protokoll per E-Mail schicken lassen. Das finden wir insofern charmant, dass du gleich ein fertiges Protokoll bekommst, was du dir elektronisch abspeichern kannst. Das druckst du einmal aus. Ich kann das nicht von hier aus direkt rausdrucken? Nein, das geht nicht. Wir drücken jetzt einmal OK. Weil ich mich sonst mit WLAN verbunden hätte, aber wir wissen ja im WLAN. Das dauert jetzt noch eine Sekunde und jetzt sagt er gleich erst, Regelung erfolgreich beendet. Also wir sind jetzt erst fertig mit der Kalibrierung. Jetzt drücken wir bitte nochmal einmal das Silke hin. So, und jetzt können wir entweder hier ziehen oder wir haben die Möglichkeit hier zu drücken. Und da ist ein Druckersymbol. Da gehen wir jetzt mal bitte drauf. Gut. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Ah, Kennzeichen. Das Kilometerstand. Und so weiter. Und wenn wir jetzt noch weiter gehen, dann haben wir das Protokoll. Willst du das mal in meinem Erholen? Okay, aber das ist ja jetzt wieder Standard. Ich meine, das ist jetzt… Haben wir das Protokoll schon oder muss ich erst drücken? Nein, wir können das jetzt hier sehen, wenn wir mit der Kamera aufgehen. Oder wir haben schon ein ausgedrucktes da. Wäre vielleicht einfacher. Guckt, da ist die ganzen Daten drin von dem Fahrzeug. Wir haben das jetzt einmal für euch vorbereitet. Ja. Okay, das mit den Auftrag dranheften, das ist eben der Nachweis, dass das Ding kalibriert ist. Genau, also alle wichtigen Sachen. Fahrgestellnummer, welcher Arbeitsschritt ist drauf für die Abrechnung. Ja, was der Knall ist, ist die Geschwindigkeit. Die Tafeln, das geht auch, aber das ist natürlich… Das Digitale ist dann schon so ein Pfund drauf. Nicht erschrecken, ich bin auch wieder da. Ja, ich merke das, ich merke das. Und ich weiß auch, dass wir noch ein bisschen was zu zeigen haben. Und die Zeit läuft, da haben wir noch ein bisschen was. Aber vor allem haben wir auch gemerkt, dass viele, viele positive Kommentare schon im Chat kommen. Also das scheint auch die Zuschauer mindestens zu interessieren und denen auch sehr zu gefallen. Aber es sind auch viele Fragen mit dabei. Das heißt also, André, Thomas, darf ich euch kurz entführen? Dann gehen wir doch nochmal oder geht bitte nochmal einmal zu Julia und schaut euch an, was es für Fragen gibt. Hi, grüß euch. So, legen wir mal direkt los. Und zwar, wie sieht es aus, wenn ich das Gerät habe mit den Folgekosten für Wartung und Updates? Und wie laufen diese Updates dann ab? Was muss man tun? Ja, also wenn wir das Gerät ausliefern und einweisen, dann ist standardmäßig ein Jahr Update in Clou. Da ist die Steuergeräte Diagnose mit dabei, da ist das ADAS mit dabei und da ist die geführte Fehlersuche-Reparaturanleitung mit dabei. Wenn das Jahr abgelaufen ist, dann können wir ein Anschlussabo machen. Dieses Anschlussabo kostet zurzeit 650 Euro. Mit Fehlersucheanleitung 750 Euro. Da sind dann wieder die Steuergeräte Diagnosedaten mit bei, die geführte Fehlersuche und die ADAS-Tafeln. Also 650 Euro, wenn man draufgerechnet, sind wir so knapp über 50 bis 60 Euro im Monat, die das Ding anwarten. Genau. Du sagst vorhin, die Tafeln sind dabei. Tafeln meinst du, die ganzen Tafeln, die es gibt? Genau. Die Tafeln auf die EM-Tester. Ja, wenn man hier rauskommt, ist die automatisch in der Software mit drin, genau wie die normalen Diagnose. Ja, ja, gut. Aber ich meine, so eine kalibrierende kostet auch nicht 250 Euro. Definitiv. Ja, und bei der Geschwindigkeit? Dazu muss man sagen, das läuft nicht ab. Also das Gerät schaltet sich nach einem Jahr. Es ist eine leichte Einschränkung dabei, dass wir keine Gesamtsuche mehr machen können. Das ist aber auch das Einzigste. Die Software läuft weiter und der Kunde kann… Also Gesamtabfrage meinst du? Ja, genau. Jetzt kann es, rein theoretisch wäre es möglich, dass er drei Jahre damit weiterarbeitet und dann sich ein Update zieht und immer noch 650 Euro bezahlt. Alles, was über diese drei Jahre rüber weggeht, zahlt ein paar Euros mehr. Okay. Ja, gut. Und? Entschuldigung, ich habe es fast vergessen. Alles gut. Ja, genau. Alle Daten sind in unserem Diagnosetester und via Bluetooth wird es nur zum Fernseher, zum Monitor gespiegelt. Er zeigt nur an, die ganze Technik steckt im Tester. Nein. Das ist ein kleines Mensch. Deswegen brauchen wir auch viele Kunden und fragen uns, ja, ist ja klasse, aber ich habe ja einen eigenen Test, da können wir nicht unseren Tester benutzen. Geht leider nicht, weil die Tafeln in unserem System inkludiert sind. Deswegen geht es nicht. Naja, es ist auch cool, wenn es aus einer Hand ist, wenn irgendein Problem ist, irgendein Thema ist, irgendein Verbindungsthema ist und ist es gut, wenn es aus einer Hand ist, dann ist es ja vernünftig. Ja. Cool. Super. Dann, ihr habt es eben auch schon kurz angerissen. Wie hoch darf die Abweichung zwischen den Rädern sein, der Höhe? Also die Höhenabweichung. Da hat der Hersteller einen Rahmen vorgegeben für jedes Modell. Ob ich jetzt ein Passat habe, ist etwas anderes als ein Tiguan zum Beispiel. Und in dem Rahmen, die Volkswagen vorgibt, muss ich drin sein. Und wenn du es nicht bist, ist es ein Thema. Dann sagt der Wärter außerhalb Toleranz und Kalibrierung. Der Unterschied zwischen vorne rechts und vorne links ist 2 cm, die Feder ist gebrochen. Wobei, wenn die Frage auf das zielt, gibt es da eine Vorgabe? Nein, eigentlich nicht, weil dann könnten wir ja kein Auto, das jetzt tiefer gelegt ist, machen. Also wir könnten schon Autos tiefer legen. Es muss nur eine gewisse Gleichstellung im Vergleich der vier Räder erfolgen. Ja. Ja. Gut. Jetzt auch noch dazu. Gut. Vielen Dank an der Stelle. Passt das dann erstmal. Geht gleich noch weiter. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit für unsere Zuschauer. Und zwar ein kleiner Hinweis. Mahle bringt seit einigen Monaten einen digitalen Newsletter raus. Und wenn ihr Lust habt, diesen auch völlig kostenlos einmal im Monat zu bekommen, dann findet ihr in unserer Videobeschreibung den entsprechenden Link dazu. Und über diesen Link könnt ihr dann den Newsletter abonnieren. Ja, ganz genau. Und wir haben ja hier jetzt schon wirklich einiges gelernt. Aber vor allem, ich meine, was ja ein wirklich guter Punkt ist, ist ja wirklich die Einfachheit in der Werkstatt. Also wie ich Platz spare und wie ich auch vielleicht unter etwas schwierigeren Voraussetzungen einfach hiermit alles quasi abdecken kann. Das ist, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen. Du hast mir erzählt, es gibt ja auch Zweit- und Drittkalibrierungsschritte, die bei manchen Modellen erforderlich sind. Ja, genau. Da musst du das Ding noch weiter wegschieben und nochmal weiter wegschieben. Aber da muss ja fast eine neue Werkstatt bleiben. Und jetzt, wie macht das hier? Wir machen das ganz einfach. Gleicher Ablauf, da wir das Ganze ja aber digital machen. Richten wir das ganze System einmal aus, wie wir schon gesehen haben. Das heißt, die vier Messwerte, Distanz, wo ist mein Laser? Ich mache das jetzt einmal im Demo-Modus, um euch das zu demonstrieren. Dann schmeißt er die entsprechende Tafel wieder auf unser Monitor. Das ist jetzt die PSA-Gruppe, genau. Er sagt uns wieder die Höhe, die wir einstellen müssen. Ich muss den Prozess nur einmal durchlaufen lassen. Also jedes Fahrzeug, für die, die das noch nicht gesehen haben, so eine spezielle Pixel-Anordnung, also drei Kreise oben in der Ecke und links in der Ecke. Wenn wir uns jetzt einmal aufs Bild konzentrieren, wir simulieren jetzt einmal, dass wir eine Kalibrierung an so einem Fahrzeug machen. Habe ich eine Zwei- oder Drei-Stufen-Kalibrierung, muss ich das Fahrzeug oder die Wand verschieben. Zwei Meter, drei Meter, vier Meter, je nachdem. Ja, das kann ich ja klar. Das Problem ist, welche Werkstatt hat so viel Platz? Genau. Das Nächste ist, du musst ja wieder dann komplett ausrichten und messen. Ja, klar. Wir lösen das digital und rechnen einfach auf unsere drei, vier, fünf Meter Entfernung, unser Bild kleiner. Du hast am Anfang jetzt gesagt, der steht jetzt fünf Meter weiter weg? Ja. Das macht er ja automatisch. Er weiß ja, wie weit muss das weg sein. Die zweite Kalibrierung ist 100 Prozent Zeitersparnis. Das schiebt er einfach hinterher. Also du machst einfach einen Knopf drücken, zack, zack, zweite. Du richtest einmal aus, drückst Start und den Rest macht er alleine. Ich bin jetzt drei Meter weiter vor, mach die Kalibrierung, zack, fertig. Genau. Cool. Ihr müsstet dann zwölf Meter kalibrierte Fläche haben. Wer hat das? Das haben die wenigsten. Und wir brauchen hier, wir richten einmal vor dem Fahrzeug aus. Am Flughafen. Und ich bringe auch immer ganz gern das Beispiel von so einem Toyota. Wenn wir einen Toyota nehmen, der braucht teilweise drei Bildpunkte. Der fängt praktisch auf der linken Seite an vorne, geht dann in die Mitte und geht nach rechts. Und wir kalibrieren einmal diesen Bildpunkt links. Danach müsste man mit einem analogen Gerät die Tafel umhängen. Wir nehmen die Mitte her kalibriert, wir nehmen rechts her kalibriert und dann ist die Kalibrierung erledigt. Und das ist eine enorme Zeitersparnis. Innovativ. Ja. Mal sagen. Das ist wirklich dann schnell. Das ist extrem schnell. Super. Gut. Und jetzt haben wir noch. Wenn ich kurz das nochmal einwerfe. Ich komme wieder so von der Seite. Ja, ich weiß, genau. Und ihr wollt wahrscheinlich auch mit einer bestimmten Sache weitermachen. Erstmal kam gerade, Entschuldigung Julia, wenn ich die Frage vorweg nehme, geht das für alle Marken? Kam gerade die heiße Frage mit rein. Ja. Wir decken standardmäßig alles ab. Die Prüftiefe, die ist natürlich manchmal unterschiedlich. Also jetzt zu sagen, wir können alle Fahrzeuge mit allen Prüftiefen. Nein. Es wird immer vorkommen, wie bei jedem Tester. Da ist mal eine Tafel, die ist einfach nicht drin. Aber ihr erweitert immer, weil darum geht es ja. Definitiv. Ja. Eine Mannschaft dahinter, die immer weiter erweitert ist. Es bleibt nicht stehen. Es wird immer wieder erneuert. Das ist ja das Thema. Was wir genauso haben, es gibt ja nicht nur die statischen Kalibrierungen mit Ziel, es gibt ja auch die dynamischen Kalibrierungen, sprich im Fahrbetrieb. Ja. Decken wir genauso ab, weil du musst den Kalibrierprozess ja anstoßen, den Steuergerät einsparen, auch Protokoll ausdrucken. Ja. Decken wir genauso ab. Super. Ich meine, das eine ist ja natürlich, ich muss nicht mehr zig Tafeln vorhalten einfach. Das ist ja ein Riesenvorteil. Und vor allem im Grunde, wenn ich damit auch alle Fahrzeugmarken abdenke, ihr habt es gerade gesagt, auch in der Zukunft ist man dann sicher. Also wenn da weiteres dazukommt, wenn sich Modelle ändern oder wie auch immer, ist man damit im Grunde immer mit dabei. Jetzt kam noch eine andere Frage relativ am Anfang schon. Was ist denn mit Radar? Ja. Du hältst uns hier auf. Oh, das ist wie… Wenn das keine Steilvorlage wäre, oder? Nein. Nein, habt ihr eh vor. Nein. Machen wir jetzt. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, dann bitte, dann gehe ich doch weg. Ja. Danke, Philipp. Tschö. Tschö. Tschö, Philipp, tschö. Wir machen direkt weiter mit einer Radarkalibrierung. Genau, ja. Dafür haben wir auf unserem Gestell vorne… Jetzt habt ihr alles verschoben. Das macht nichts. Ja. Okay. Wir wollen ja zeigen, wie es von Anfang an geht. Okay. Haben wir hier unseren Radarspiegel. Ja. Als optionales Zubehör, beziehungsweise als benötigtes Zubehör für die Kalibrierung. Ja. Ablauf fängt genau gleich an. Ich wähle mein Fahrzeug aus. Das hole ich mir jetzt einmal von meinen letzten Fahrzeugen. Mhm. Gehe wieder auf meine ADAS-Funktion. Ja, da war ich vorhin… Ja, geh zurück. Mach mal so. Ne, ne, alles gut. ADAS. Ja. Frontradar, das ist das, ne? Genau. Hier wieder gleich zwei Steuergeräte. Wir haben das untere verbaut in dem. Er zeigt uns jetzt hier an, was wir benötigen. Der Spiegel. Genau. Haben wir in dem Fall ja da. Mhm. Er sagt uns wieder Grundbedingungen. Wie wir vorhin aber auch hatten. An sich die gleichen wie bei der Kamerakalibra. Okay. Ja. Er sagt wieder, wie wir positionieren müssen. Das heißt an die Vorderachse die Radaufnehmer. Vorne unsere Einstellwand. Und er zeigt uns, wo sitzt der Radarkopf verbaut. Jetzt sagt er uns, wo ist der Radarkopf verbaut. Ja. Muss ich eventuell eine Verkleidung abbauen. Oder kann sie dranbleiben. In dem Fall kann sie dranbleiben. Mhm. Wir kommen immer von oben an und arbeiten uns nach unten durch. Mit dem Lasermessgerät er den Rahmen zwischen 1355mm und 1375mm vor der Mitte des Radarsensors auspositioniert. Also das Gerät davor. Genau. Wichtig. Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber wichtig ist hier zu wissen. A. Das ist ein R tatsächlich, wie du richtig erkannt hast. Also rechte Seite. Ja. Wir fangen mit der Radarkalibrierung immer von der rechten Seite an. Warum? Weil das so ist. Das ist ein englisches Auto von links. Die machen wir gar nicht. Genau. Wir haben kein Englisch. Okay. So ist eure Vorgehensweise. Und wir müssen einmal verstehen, dass wir praktisch mit dem Laser dann auf das Zeichen gehen müssen. Das ist das Einzige, was ich als Hinweis gebe. Um eben halt innerhalb dieses Bereichs zu kommen. Das sind nur 2,5cm, die wir hier spielen haben. Oder sogar nur zwei. Okay. Das heißt, wir nehmen den rechten Laser, wie er gesagt hat. Du hast ihn jetzt nicht gesehen, ne Patrick? Schieben den in die Mitte erstmal vom Fahrzeug. Passend dann unsere Höhe vom Gestell an. Fangen wir da durch. Dann kannst du den Punkt jetzt weiter nehmen. Der kommt darauf genau. So reicht schon, ne? Wenn der Laserpunkt erstmal überhaupt in der Mitte ist. Okay. Jetzt machen wir die Messung an. Er hat uns ja jetzt hier im Tester eine Distanz gegeben. 1.355 bis 1.375. Wir schieben einfach jetzt den Tester so lange nach hinten, bis wir in diesem Toleranzrahmen sind. 1.265 hast du. Ja. Weiter. 1.358 reicht das. Bist du drin? Ja, genau. So. So ist perfekt. So, okay. Dann machen wir das Ding jetzt fest. Genau. Den können wir feststellen. So. Müssen wir den Wert hier eingeben? Genau. Ja, bitte. So, das sind jetzt 1.358. Den Wert einmal da eingeben. 1.358. Und jetzt gehen wir einmal um den Tester, beziehungsweise um die Einstellwand. Die Höhe des Rahmens einstellen, um den Laserstrahl in der Mitte des Radarsenders zu positionieren. Dann müssen wir jetzt hier einmal schauen. Wenn ich jetzt das Fahrzeug tiefer gelegt, dann ist natürlich mein Mittelpunkt von meinem Radar auch tiefer. Deshalb muss ich jetzt im Tester eingeben, auf welcher Höhe befindet sich jetzt mein Gestell. Und wenn ich hier einmal… Weil das der Mittelpunkt jetzt war von dem Radar, jetzt wird das da an die Höhe angepasst. Magst du einmal schauen? Wenn ich jetzt hier einmal tippe, dann zeigt er mir die Höhe an. Das ist in dem Fall 1.388. Okay, die gehen wir jetzt hier wieder an. Genau. 1.388. Genau. Tastatur weg. Und jetzt will er noch einen Wert haben. Jetzt müssen wir wieder rumgehen. Oder wir lesen es von da ab. Das geht aber von hier ein bisschen besser. Den am Balken angezeigten Wert mit Unterstützung des Lasermessers messen. 1.383. Welcher Wert ist das? Schauen. 1.283. Genau. Der muss ja jetzt wissen, wo ist auf unsere Messbalken der Laser positioniert. 1.283, Jürgen? Ja. So. Gut. Vielleicht zum Verständnis. Das ist ein 2,70 Meter langer Balken. Und dieser Balken, der misst von 0 auf der rechten Seite bis 135 in die Mitte. Und geht dann von 135 auf 0 zur linken Seite zurück. Das dient einfach nur darum, der Einstellung des Bildes auf dem Monitor, als auch, dass wir hinterher wissen, wo müssen wir den Raraspegel positionieren. Okay. Ah, der kommt jetzt gleich genau hier auf die Mitte hin. Das wird sich zeigen. Aha. Ich habe weiter gedrückt. Den Aufbau positionieren, wie im Bild gezeigt. Haben wir ja, ne? Genau. Weiter. Was wir jetzt brauchen, sind wieder die vier Werte, die wir auch bei der Kamerakalibrierung hatten. Jetzt haben wir einmal nur die Distanz von unserer Struktur zum Fahrzeug ausgerichtet. Die müssen natürlich jetzt verändern. Jetzt müssen wir natürlich den Winkel vom Fahrzeug zur Wand noch kennen. Deshalb müssen wir jetzt noch messen. Gib Gas. Wir wollten unter den 10 Minuten bleiben, glaube ich. Beim Radar ist der schon noch aufwendiger. Der Radar ist ein bisschen aufwendiger. Okay. Wie sind wir da? So. Jetzt flash einmal die Werte raus. Ja, habe ich schon so der hier. Das ist jetzt dein Wert hier, ne? 2.109. 2.109. 1.109. 1.109. Und die Zentimeter? Und 97. Und 97. Auf der linken Seite sind es unten 2.218. Was? 2.218. 2.218. 2.218. Und 3.05. Ups. 3.05. 3.05. Ups. 3.05. 3.05. Daran sieht man an den Werten, die wir jetzt eingegeben haben, dass diese Tafel, das ganze Gerät, wieder nicht exakt vor dem Fahrzeug steht, sondern ein Stückchen versetzt. Sieht man ja da. Haben Sie einfach nach hinten gezogen und nicht aufgerichtet. Ja. Ja, das ist wirklich knallert. So. Den Rahmen auf eine Höhe von 1.388 stellen. Das ist die Höhe, die wir vorhin hatten? Mit dem Radar. Mit dem Radar. Ich bringe jetzt einfach wieder das elektronische Fahrgerät hin. Ah ja, das hatte ich jetzt übernommen. Genau. Wir müssen uns nichts merken. Er führt uns Schritt für Schritt durch, was wir tun sollen. Radarspiegel auf 1.318 auf dem Balken positionieren. Und wichtig ist hier noch, er sagt, beginnen von links oder von rechts. Weil unser Balken ja geteilt ist. Okay, von links. Genau. Von links. Wir haben hinten eine Nase dran. Ja. Und jetzt positionieren wir uns auf den Wert, den er sagt, 1.318. Da bist du da. Ja. Guck, guck. Kannst du das sehen? Super. Aber jetzt wissen wir auch, das ist nicht die Position, die wir vorher ausgemessen haben. Das hat er jetzt umgerechnet. Ja, stimmt. Das waren vorher... So, und jetzt sagt er, den Spiegel und 2,5 Grad links drehen. Die senkrechte Stellung des Spiegels mittels der Blase auf demselben überprüfen. Okay? Wenn du mal hier jetzt schaust, wir haben hier jetzt eine Skala. Wir können 10 Grad nach rechts, wir können 10 Grad nach links. Und wir nehmen 2,5 links. Und was hast du jetzt gesagt, wo müssen wir hin? 2,5 links. 2,5 Grad nach links. Jetzt hast du hier ein bisschen verdreht. Das macht nichts, das stellen wir gleich wieder zurück. Wenn ich das jetzt ungefähr erkennen kann, sieht gut aus, ne? Ja. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ach so, okay. Nur so als Tipp. Gib mir bitte noch 1.300, was hast du denn da? 1.388. 1.318 oder 1.88? 1.88. 1.88, auf das ziehen wir hin. Bist du sicher? Ja, ich glaube schon. Brauchst du Hilfe? Ja, ich sehe es tatsächlich. Vielleicht könnte man so als Innovation für größere Zahlen. Ich bin echt blind. Ich kann ja gar nicht. Wo bist du? Ja. Du merkst, du kannst das Ding nicht abnehmen, ne? Nee. Nee. Das ist 3.388 von links. Gut? Ja. Gut, dann gehen wir hier mal aus dem Dings raus. Ganz kurz zu den 2,5 Grad noch eine Erklärung, warum wir das überhaupt eingestellt haben. Unsere Wand ist ja nicht parallel zum Fahrzeug. Ja. Wir haben jetzt den Spiegel aber parallel zum Radar ausgerichtet. Das sind die 2,5 Grad, die wir verstellt haben und jetzt ist unser Spiegel parallel zum Emblem. Cool. Okay. Es geht weiter. Weiter. Konfiguration abgeschlossen. Zum Starten, Play drücken. Jetzt wählen wir uns ins Steuergerät wieder ein. Genau gleicher Ablauf wie bei der Kamera. Wie eben, ja. Play drücken. Hast du eine Playlist? Ja. Lies jetzt wieder ein. Genau. Was hast du denn vorhin schon beigemacht? Hier siehst du, hat der Arbeiter. Der Balken fährt hoch. Ja. Sehr schön. Daten. Nein. Ja. Fehler im Steuergerät. Interessant. Können wir einmal vorher löschen. Genau. Okay. Das ist das, was ihr vorhin gesagt habt. Ja. Wenn immer ein Fehler drin ist, direkt aus dem Menü rauslöschen. Und dann wieder auf Anpassung gehen, so wie wir es im Kamerasteuergerät auch gemacht haben. Anpassung. Wir gehen wieder den obersten Punkt aus. Ja. Und sagen Start. So, jetzt kalibriert er. Jetzt sagt er uns, dass sich vorne niemand aufhalten darf. Ja. Dass er freie Sicht hat. Jetzt läuft die Kalibrierung jetzt. Tafel. Tafel auch schon. Also mit Tafel, vielleicht zur Information, vielleicht ein bisschen missverständlich. Damit meint er das digitale Kombininstrument. Ach so. Ja. Okay. Ich hätte jetzt die Tafel ausgeschaltet. Ja, ja. Nicht die Tafel da. Ja, die Zündung ausmachen. Ja, ja. Die Tafel ausschalten und okay drücken. Nur wenn wir einen BMW haben, dann musst du ja teilweise dreimal drücken, dass die Zündung durchschaltet. Warte Zeit. Was haben wir jetzt? Einzige, was fehlt, war größere Zahl, ne? Ja. So sagst du das Problem. Oder nicht. Ja. Geil. Ja. Geil. Schneller geht's momentan nicht. Also ich bin zufrieden, wenn ihr mich fragt. Doch, es geht noch schneller. Es geht schneller. Oh, mit was? Zeigen wir euch jetzt. Genau. Mit dem? Ja, ja. Ich dachte, das wäre nur ein zweites Gerät gewesen. Also wir haben hier einen Prototyp. Das ist die Erweiterung dieses Gerätes. Und das hat bis jetzt noch keiner gesehen, außer gut wir natürlich. Aber das würden wir jetzt nochmal zeigen, um vielleicht doch nochmal eine Schippe draufzulegen. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Ja, dann bin ich gespannt. Ja. Okay. Gut. Philipp, noch eine Frage, bevor wir das hier hin und her schieben? Ja, wie gesagt, kommen einige Fragen rein. Aber wie hat es euch denn bisher jetzt gefallen von dem, was ihr gesehen habt? Vorsicht, hier wird ein bisschen umgeräumt. Wir lassen uns gar nicht von aus der Ruhe bringen. Also das, was hier wirklich bedeutsam ist, ist diese Geschwindigkeit. Bedeutsam ist, dass das Gerät wirklich, man kann es in die Seite stellen irgendwo, man hat die Tafeln nicht. Es funktioniert mit den Tafeln, aber das ist natürlich hier unglaublich schnell. Ich brauche keinen nivellierten Boden. Das heißt, das Auto kann auch auf einer ganz leichten oder unebenen Ebene stehen. So eine Tafel, jetzt fehlt dir eine Tafel. Ja, das machst du dann wahrscheinlich. Jetzt fehlt eine Tafel, dann muss ich eine bestellen. Dann dauert das vier, fünf Tage. Dann kommt die Tafel. Die kostet dann auch zwischen 300 bis 500, je an dem, was das für eine Tafel ist. So kannst du im Prinzip, soweit wie ich das verstehe, ist es drin. Oder du rufst an und sagst, mir fehlt die Tafel. Dann sagen die, hast du die Tafel? Ich mach einen Update. So weit wie ich das verstanden habe. Ich finde es, die Geschwindigkeit, und das ist ja das, mit dem wir in der Werkstatt Geld verdienen. Nützt uns das, wenn wir bei einem Frontscheibenwechsel bezahlt die Versicherung meistens nicht das Kalibrieren. Wenn man an einem System angeschlossen ist, ist es meistens so, dass die Versicherung einen so nudelt, dass man da kein Geld für bekommt. Ja, das System wird auch seine Euros kosten. Aber wenn ich dann zumindest Zeit spare und dann nicht so eine halbe, dreiviertel Stunde... Dann noch Geld drauflege, das, was ich an der Scheibe verdienen würde, dann rufe ich dann hier drauf, weil die Kalibrierung gemacht habe. Das ist idiotensicher, aber das kann selbst Jürgen, ne? Nein, das war ja Quatsch. Das ist wirklich einfacher, ne? Wenn wir bedenken, dass so eine Kalibrierung bei einigen Versicherungen mit ca. 65 Euro abgerechnet wird und wir haben hier eine Dreifach-Kalibrierung, wie wir das eben andeutungsweise hier gesehen haben im Demo, dann können wir uns dann zwei Fingern abzählen, dass das schwierig ist. Manche Versicherungen zahlen gar nicht. Das ist so, die sagen einfach, du bist in einem System drin und das ist der Bonus, den wir uns reinziehen, ne? Und dann, wenn ihr in das System rein wollt, wenn ihr abrechnen wollt mit uns als Versicherung, dann zahlen wir das einfach nicht. So, klar, verdienen tust du dann an anderer Stelle, aber du bist zumindest dann sehr schnell und verdienst wieder Geld, weil der Mann wieder frei ist, ne? Und du kannst andere Kohle verdienen. Du kannst es ja auch erklären, was du da gemacht hast, dass es auch wichtig ist, ne? Ja. Aber jetzt kurz, André Thomas, bevor es jetzt wirklich hin zu dem Prototypen geht, und ich glaube, da können wir auch gespannt sein, was ihr da seid. Geht ihr mal, wir spielen schon ein bisschen hoch. Wenn ihr gleich zurückkommt, dann sind wir fertig. Nein, Quatsch. Aber vielleicht nochmal, bevor wir das vergessen, also auf welchem Stand seid ihr hier? Also ich glaube, so weit ist es nicht mehr entfernt, ne? Also ich würde mal sagen, Start Anfang 2022. Das ist jetzt mal so ein Blick in die Glaskugel. Ich hoffe, wir können das einhalten, aber wir wollen ja auch ein vernünftig laufendes System auf dem Markt bringen. Absolut. Und das ist hier jetzt tatsächlich wirklich noch eine Weiterentwicklung. 2.0 steht dran. Ja. Und ich bin gespannt und ihr wahrscheinlich auch, Jungs. Das könnte auch sein. Ja, ja. Was da noch einfach Luft nach oben ist, die da noch geht. Also haut rein. Dann starten wir. Ja, mach. Komm. Menüüberfläche ist die gleiche, wie ich die Fahrzeuge auswähle. Alles gleich geblieben. Wir haben jetzt hier noch ein nettes Feature. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt eine Kalibrierung von der Scheibe. Genau. Wir zeigen jetzt erstmal die Vorteile vom System im Vergleich zu dem anderen und gucken, wie weit wir zeitlich kommen. Genau. Wir haben vorne an unserem System mittig über dem Spiegel eine Kamera montiert. Ah, hier? Genau. Okay. Wir haben hier die Funktion Kennzeichenerkennung in unserem Tester. Kennzeichenerkennung. Kennzeichenerkennung. Wie liegt das Kennzeichen vom Fahrzeug ab? Genau. Das muss man dazu sagen, bei uns in Deutschland aus datenschutzrechtlichen Gründen geht das gar nicht. Das geht nur in Ländern, wo das Fahrzeug mit dem Kennzeichen verheiratet wird. Genau. Es gibt ja viele Fahrzeuge, da ist das Kennzeichen fest vergeben ans Fahrzeug und gekoppelt an die FIN. Bei uns kannst du ja wechseln, kannst du ein neues Auto und das gleiche Kennzeichen halten. Und dann kannst du das Kennzeichen fotografieren und er holt sich die FIN automatisch. Du brauchst nichts anderes eingeben zu suchen. Wir zeigen es euch einmal, wie das Ganze aussehen würde, die Oberfläche. Wir gucken jetzt einmal Richtung Fahrzeug. Jetzt haben wir hier unseren Bildschirm. Und wenn da jetzt nicht Male stehen würde, dann wäre da ein Kennzeichen unter. Genau. Von hier aus könnte man jetzt ein Foto, ein Screenshot machen und er sucht automatisch das Fahrzeug aus. Wie gesagt, bei uns in Deutschland nicht möglich, aber wir verkaufen es ja weltweit, das Tool für andere Märkte ist das ja interessant und gut zu wissen. Ja. Wählen wieder unser Steuergeld. Ändert sich ja nicht. Entschuldige. Alles gut. Ist ja alles gleich geblieben. Gehen auf weiter. Wieder Grundbedingungen. Ändert sich auch nicht. Aber ein nettes Feature jetzt zusätzlich. Genau. Wir haben hier unten einen Play-Button. Wenn den jemand mal drückt und dann einmal auf den Monitor bitte schauen. Aber das geht dann gleichzeitig. Ja genau. Geht das gleichzeitig? Klar geht das gleichzeitig. Also, ich drücke. Was kommt jetzt? Video oder was? Die Grundbedingungen, die wir hier in Textform haben, werden uns jetzt in einer Animation mit Text darunter gezeigt. Das heißt, jetzt kann man noch weniger falsch machen, weil er uns direkt zeigt, was müssen wir tun. Guck mal, du kannst die nicht auf eine Treppe stellen. Das geht nicht. Nicht auf die Schräge. Genau. Auf dem geraden Boden. Auf ebenen Boden. Genau. Okay. Wir können hier noch auf weiter gehen. Diese Tutorials haben wir für jeden Arbeitsschritt hinterlegt. Diese Tutorials. Guck mal, Vorderräder korrekt ausrichten. Genau. Die gibt es auch für 360 Grad Kamera, für Rückfahrkamera und so weiter und so fort. Also es gibt sämtliche Tutorials. Sogar wie ich die Klemmen anbaue und so weiter. Genau. Bei manchen Mitarbeitern ist das ganz geil. Ihr glaubt nicht, was wir für Fehlerquellen da haben. Das ist so. Überhaupt nicht wertend gemeint, weil wir sind mittlerweile so durch diese ganzen Tutorials, die wir bei YouTube und so visuell, also sind wir sowieso visuell. Und dann ist das ja natürlich super schnell erklärt. Guck dir das eben an. Da kannst du im Prinzip einen Mitarbeiter, den du noch nie gemacht hast. Genau. Die beiden sind sowieso miteinander gekoppelt. Ich drücke drauf und er bringt es mir automatisch, weil jetzt brauche ich den Monitor ja noch gar nicht. Jetzt kannst du weiter gehen einmal. Auf weiter. Und jetzt steht hier Nullstellung benötigt. Das bedeutet, er ist nur an vorbei. Das zeigen wir jetzt. Das heißt, wir hatten ja gerade eben unsere Laser, die wir ausgerichtet haben, gemessen haben und Werte manuell eingegeben haben. Das fällt weg. Wir haben jetzt hier Laser, die wir natürlich weiterhin auf unsere Mitte ausrichten. Das hat sich nicht geändert. Genau. Aber jetzt schaut mal auf den Tester. Hier haben wir jetzt den Punkt. Jetzt schauen wir auf den Tester. Und jetzt guckt ihr mal auf den Tester. Und wenn ihr jetzt meint, ich stehe ja falsch, drückt mal einmal auf die Mitte. Da? Ja, bitte. Zack. Dann kriegen wir es in den Tat richten. Jetzt passe ich mir das Ganze an, so wie ich gerade stehe. Oh Mann. Wir haben hier in dieser Leiste vielleicht einfach mal, wie es technisch funktioniert. Guck mal, was du dir alles anzeigst. Der macht jetzt alles vollautomatisch. Inklusive der Abstände von den Außenkanten. Da die Maße hier. Das übernimmt der alles vollautomatisch und überträgt es. Wir haben hier eine elektronische Messleiste drin. Und anhand derer wissen wir, wo befindet sich unser Laser. Diese Skala brauchen wir im Prinzip nur noch dafür, um das Radar einzustellen. Sonst hat die keine Bedeutung mehr. Mega. Auch hier für diesen Arbeitsschritt haben wir wieder ein Tutorial. In jedem Menüpunkt können wir uns das anschauen. Schieb die Dinge nach außen. Genau. Und mach die Laser. Genau. Guckt erst mal. Vor allem, wir schließen Messfehler aus. Unser Problem war, dass wir oftmals Hotline-Anrufe haben. Oh, das funktioniert nicht. Wir haben ein falsches Bild oder wir können nicht kalibrieren. Ja. Wenn wir diesen Laser, wir haben ja vorhin gesehen, dass wir bei dem Gerät durchmessen. So ein Maulwurf für Duna hat das nicht richtig abgelehnt. Vor allem, wenn du links und rechts aufrechst. Aber wenn du vier Zentimeter falsch auf einer Seite eingehst, weil du nicht durch den Laser durchmisst, dann kriegst du ein Bild, was zwar an der richtigen Position sitzt, aber wo diese Kreise oval sind. Was sagt denn die Kamera? Passt nicht. Passt nicht. Und es ist aber, grundsätzlich hat der Kunde mal alles richtig gemacht. Das wollen wir mal ausschließen. Häufige Fehler sind auch gewesen bisher, links und rechts, Ablesefehler, wenn ich die Seiten vertauscht habe. So, wir machen hier weiter. Jetzt sagt er uns wieder wie vorhin, wir müssen das System auf eine Höhe bringen. Wir müssen aber nicht mehr auf die Rückseite stoppen. Ne, brauchst du nicht. Bleib mal hier. Los. Hier blinkt jetzt ein Button, den drücken wir einmal und bleiben einfach drauf. Wir sehen jetzt, wenn wir hier mal herschwenken. Und er stoppt automatisch auf der richtigen Höhe und wird grün. Also wir können auch nicht überpacen. Er stoppt automatisch. Egal. Wir haben ihn vorhin gesehen. Wir haben ihn vorhin so ein bisschen drücken. Genau. Ich bleib einfach hier an der Stelle stehen und bediene mein Gerät an. Auch dafür gibt es wieder ein Tutorial. Genau. Wird es geben. Weiter. Warum habt ihr uns das andere Gerät gezeigt und nicht das da? Weil es das weiterhin erhältlich ist, weiterhin auf dem Markt ist. Das ist ja schon geil. Das ist ja schon geil. Das ist ja schon geil. Weil das ist jetzt nochmal eins drauf. Also man muss ja wirklich sagen, das andere Gerät funktioniert seit einigen Jahren tadellos und die Leute können hervorragend und schnell damit arbeiten. Das ist jetzt eine Erweiterung. Wir machen einmal die Kalibrierung fertig. Bitte. Wir sind eh schon fast durch. Gleiche Arbeit wie vorhin. Wir wählen uns ein Steuergerät ein. Jetzt ist es gleich. Weil die Arbeit das Ganze… Die einzige Arbeit ist das Ausrichten und die wird jetzt auf ein Minimum reduziert. Ich gehe wieder auf Anpassung. Jetzt haben wir das Bild wieder. Genau. Guck mal hier. Das ist jetzt hier weiter rüber geschoben. Ja, das ist schon ein bisschen knapper. Als hier, aber guck mal hier. Der Unterschied hat das schon da rüber. Vielleicht da ganz kurz. Es kommt ja jetzt auch darauf an, wie weit sind wir entfernt. Wir haben ja gelernt, je weiter wir entfernt sind, umso größer wird das Bild. Umso dichter wir rankommen, umso kleiner wird das Bild. Und umso kleiner es wird, umso mehr Platz haben wir natürlich auch nach rechts und links. Wir drücken auf Start. Wieder Grundbedingungen. Wir drücken auf Start. Jetzt kommt natürlich der gleiche Schritt, den VAG-Vorschreiben mit der Radkastenhöhe. Ein kleines Gimmick, ist ja noch in der Entwicklung. Wird so ablaufen, wir nehmen den Laser hier raus, halten ihn an die Rathaus-Oberkante und er sendet auch diese Daten automatisch. Überträger es direkt da hin. Genau. Dazu muss man sagen, ich würde jetzt einen Laser von da nehmen oder ich kann auch wieder einen Zollstock nehmen oder den, den ich jetzt hier gerade habe. Aber dieses Fahrzeug speichert die letzte eingestellten Daten automatisch im Steuergerät ab. Das heißt, wenn wir jetzt eine Wiederholung einer Kalibierung machen, dann müssen wir nicht noch, das sehen wir jetzt auch hier, die Daten, die du eben eingegeben hast, stehen Wie hat das im Auto gespeichert? Im Steuergerät. Das merkt sich auf seine Höhe. Da wir jetzt nichts geändert haben, können wir die durchklicken. Wir haben doch vorhin einen anderen Tester gehabt. Ja, das spielt keine Rolle. Aber das Steuergerät bleibt ja dasselbe. Also die Werte, die wir hier eingegeben haben, sind im Steuergerät. Genau. Ich zeige es euch einmal. Wie gehört ist das? Jetzt kommt wieder unsere Tabelle. Das ist die gleichen Werte. Das ist die gleichen Werte, die wir hier eingegeben haben. Das ist jetzt nicht gefakt, ne? Nein. Cool. Wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht. Das ist aber das Geile. Dann kommen wir hier hin und dann lernen wir so viel Neues. Wir haben wieder die Verbindung zum Kombi-Instrument. Jetzt piept er dreimal und dann ist die Kalibrisierung erfolgreich abgeschlossen. Zack, das war's. Jetzt sagt er uns hier wieder, Regeln erfolgreich beendet. Unsere Gierwinkel und so weiter, alles, was dazu gehört. Fertig. Das war's. Aushocken. Fertig. Schneller geht nicht. Und die Kalibrierung sind wir jetzt in zwei Minuten. Okay, also von fünf Minuten auf zwei Minuten. Holger Jürgen, was sagt ihr dazu? Du musst den nächsten Geld mitbringen, so schnell sind die Mitarbeiter. Die Geräte können wir leasen, von euch leasen? Die Geräte können wir leasen, ja. Richard, wir haben da diverse Leasing-Modelle oder unsere Großhändler. Direkt verkauft. Das geht immer sowieso über die Großhändlerpreise von Großhändlern. Ganz genau. Preise über Großhändler. Leasing-Modelle gibt's da. Übrigens an der Stelle direkt auch nochmal viele Fragen natürlich auch dazu. Ganz wichtig, was auch Preise und weitere Informationen etc. angeht. Und unten hier in der Videobeschreibung haben wir nochmal einen direkten Kontakt. Auch hier wirklich direkt zu Mahle nach Donau-Eschingen mit der Rufnummer, mit der E-Mail-Adresse. Da kommt ihr auch nicht in irgendeine Hotline, sondern könnt direkt halt für eure Werkstatt halt entsprechend dann auch den Bedarf nachfragen. Und da werdet ihr wahrscheinlich richtig gut beraten. Wir haben nochmal ein paar Fragen. Erstmal auch viel Begeisterung im Chat. Also das sieht man schon. Also Leute sind da auch wirklich begeistert von. Es ist ja auch wirklich, ich würde fast sagen, also echt geil, wenn ich das sagen darf. Wollt ihr nochmal mitkommen? Einmal zu Julia für eine letzte Fragerunde. Genau. Kommt gerne nochmal zu mir. Jawohl. Und zwar, kann es in irgendeiner Form zu Problemen kommen, wenn die Steuergeräte mit einem Security-Gateway versehen sind? Das ist eine gute Frage. Ja definitiv, dann geht's nicht. Wenn wir unsere Software, können wir mit Security-Gateway freischalten lassen, beziehungsweise ausstatten. Das ist bei uns auch recht einfach. Wenn wir sagen, wir wollen für FCA eine Freischaltung haben, dann können wir das über Fernwartung so einspielen in das Gerät. So eine Freischaltung kostet jährlich 99 Euro. Wir legen das komplett bei Fiat für den Endkunden an, sodass er sich nicht drum kümmern muss. Warte mal. Ich bewege mich doch schon. Das ist also unproblematisch, ja. Klar, wir brauchen Security-Gateway-Freischaltung, brauchen wir. Okay. Haben wir aber. Weißt du, das ist der Fester, ne? Ja. Einmal auf OK drücken. Bring ihn mit, Holger. Dann war der piepst gleich wieder. Ich hab den Daumen rausgezogen. Eure Daumen. Dann piepst du erst recht. Ja. Was für einen Fester meinst du denn? Der Schumek. Ansonsten, wie sieht es aus mit den hinteren Assistenten, sag ich jetzt mal. Totwinkelassistenten, 360 Grad. Genau. Wir haben für das Gerät einiges an Zubehör. Für 360 Grad Kamera, die Teppiche, für Blindspot, Night Vision, Rückfahrkamera, alles das, was es heutzutage so gibt. Da gibt es optionales Zubehör für. Noch eine kurze Frage von dir. Wir hatten das nämlich eben kurz angesprochen. Wenn uns auf einmal bei einem Fahrzeug so eine Tafel fehlt, ihr die Tafel aber schon habt, können wir die runterziehen? Das macht er ja automatisch mit seinen Updates. Immer wenn ihr das Update gemacht habt, hab ich den aktuellen Stand drauf. Immer, genau. Sobald wir eine Tafel haben, fertiggestellt haben oder was auch immer, dann spielen wir die automatisch in das System. Und die bekommt auch jeder. Die Tester überprüfen, ob das jetzt ein Diagnosetester ist oder auch ein Klima- oder Getriebespiel oder was auch immer. Überprüfen automatisch nach dem Einschalten, ist irgendwo was vorhanden, was wir updaten können. Okay, also ist der Stand der Dinge. Ich hab das Gerät, jetzt ruft mich ein Kunde an oder die Versicherung ruft an. Wir machen eine Untersicherungsabrechnung und sagen, okay, wir haben einen Kunden, der meldet sich gleich. Nächste Woche kommt der vorbei mit einem Jaguar, keinem was anderes. Dann guck ich nach. Ist der drinnen? Ja. Hab ich leider nicht. Kann ich bei euch anrufen. Ich hab das Update letztes Mal gemacht vor zwei Jahren. Ist das beim neuen Update drinnen? Nein. So ist es nicht korrekt. Das Update wirst du schon sehen. Du kannst es nur nicht anklicken. Das ist ja geschwackert, wenn du nicht reinbeißen durft. Nein, wir installieren ja trotzdem weiterhin alle Updates. Und alles das, was ihr über euer Update hinaus bekommt, wird in Grau dargestellt. Das ist super. Ihr könnt es nicht sehen. Irgendwann sagt ihr, jetzt habe ich aber viel Grau. Jetzt müssen wir mal ein Update nehmen. Jetzt lohnt sich ein Update. Das war natürlich das negativen Touch. Eigentlich ist es super. Weil wir wissen, es ist drin. Ich kann den Wagen machen. Ich kann den annehmen. Aber für den Fall ruft ihr uns an oder schreibt eine E-Mail. Wir schalten euch die Software frei. Das sind nur zwei Klicks und ihr tut das dann los. Und das ist innerhalb von Minuten geschehen. Das war eigentlich die Frage. Genau. Und ich überweist die 600. Und wer an das kommt. Genau. Im besten Fall. Ihr müsst ja auch was zu essen haben. Ja. Super. Nein, tatsächlich nicht an dieser Stelle. Super. Ja, super. Dann kommt noch mal zu uns hier. Kommen wir hier ins Licht. Die Sonne ist ja mittlerweile untergegangen. Wir haben angefangen im Hellen. Jetzt ist es dunkel. Es ist langsam Bierzeit. Bierzeit. Ja, tatsächlich. Aber die Stunde ist rum. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank an euch. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank an euch fürs Vorstellen. Ja, was nehmt ihr mit? Ja, mit dem Tester. Was für eine Frage findet. Sagt er mein Wagen hier oder was? Eine große. Das nehmen wir mit. Nein. Was nehmen wir mit? Das, was an Innovationen, an neuen Sachen jetzt gibt, was wir hier gesehen haben, ist schon interessant. Das, was ich vorhin gesagt habe. Interessant. Schnell. Ja. Es ist für dumm in Anführung. Du wolltest sagen, dass ich das auch kann. Nein, ja. Aber man kann nicht mehr so viele Fehler machen. Das ist super. Das Ding ist wirklich, ja, es ist geil. Und das Neue finde ich jetzt nochmal, also ich als Fashion Freak. Man sagt, da warte ich das noch ein bisschen. Aber das andere funktioniert ja. Es ist ja safe. Das ist ja ein Gerät, das wirklich in der Werkstatt schon überall im Einsatz ist. In mehreren Ländern. In mehreren Ländern. In mehreren Ländern und ein Stück zahlen. Das funktioniert. Das System. Ich finde es super. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass es möglich ist, dass man da 3D-mäßig das Patent drauf hat. Das ist echt. Daumen rauf. Und ich würde sagen, interessiert euch bei eurem Großhändler dafür. Lasst euch die Preise davon geben. Verhandelt die. Kneten, kneten, kneten. Ist ja klar. Wir haben ja so zwei Geräte gerade, die wir haben. Aber es wird uns dealen. André Thomas, gibt es von euch noch irgendetwas, was noch unerwähnt geblieben ist? Was ihr uns noch mit auf den Weg geben wollt? Alles gesagt eigentlich. Ja, wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat. Das ist mal das eine. Absolut super. Ihr habt uns bombig unterstützt bei uns. Und ich hoffe auch, dass das den Leuten an den Bildschirmen gefallen hat. Das ist das andere. Ja, genau. Und hat Bock gemacht. Ganz genau. Richtig Bock. Aber volle Frühe. Genau. Also in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an unsere Gastgeber, an euch. Kommt nochmal mit her. Vielen, vielen Dank an euch fürs zahlreiche Einschalten und Zuschauen. War großartig. Wie gesagt, unten unter dem Videolink bzw. in der Beschreibung findet ihr nochmal auch alle Kontaktdaten hier nach Donaueschingen zu Mahle. Auch nochmal die Infos zu Mahle Newsletter. Lohnt sich. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sagen Tschüss und Feierabend aus Donaueschingen. Und habt noch einen schönen Abend. Bis dahin. Feierabend. Tschüss. Philipp. Ja, das hat ja nicht Bock gemacht. Und jetzt haben wir es. Tschüss. Tschüss. Ciao.